Zack, zack, zack! Komm! Direkt! Ha ha! Ha 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 ha! Ha ha! Ha 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 ha! Level aufsteht! Yay! Fähigkeitenpunkt, ich drücke mal falsch. Hm. Was war das denn hier? Todeswahrer Inkarnation erscheint und entfestet einen Wirbelangriff mit der wenn sie nächste Stücke kostet. Was soll mehr Schaden? Was ist das? Tod umgibt sich mit einem Necronom-Schild der seine bla 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 bla. Kann ich das verlesen. Was ist das? Feuer gesehen. Coole Versuch bei Feinden immer umfeldselig Feuer schaden. So. Was war das? Opfer bei allen Feinden die auf einen Teleportschlag getroffen werden, besteht die Chance dass sie Feuer fangen. Mhm. Habe ich hier nochmal eine Verbesserung rein. So. Zack. Weiter. Was haben wir hier? Da hoch. Okay. Da lang. Runter. Hoch runter. Links rechts links hoch runter überall. Hier lang. Ja. Ich lauf bestimmt gleich falsch schon wieder. Mal abwarten. Speichern. Hm. Ah. Hier sollte ich auch hin. Okay. Okay. Das ist so ne komische Tür. Hier sollte ich hin. Das ist ne Tür. Was auch immer hinter dieser Tür ist. Es wird nicht einfach sein hinein zu kommen. Ne. Schade. Ich dachte ja. Guck mal. Wer da ist. Kennen wir doch. Meiselstein. Meiselstein. Was ist mit Meiselstein? So nennen wir den Stein der Wächterkreationen um genau zu sein. Eine traurige Sache zu zerstören woran ein Erschaffer so hart gearbeitet hat. Aber es muss getan werden. Du findest eine Wächterkreation im verlorenen Tempel. Viel Glück. Der Tempel. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Ich war hier schon einmal. Als ich versuchte eine Kreation umzustoßen. Ein toller Spaß. Das stimmt. Ich konnte ihn nur einen Zoll bewegen bevor meine Nerven nachgaben. Die ganze Zeit spürte ich wie Muria mich beobachtete. Ah ok. Mir egal. Wer dich auch immer beobachtet hat. Pech gehabt ne? Wenn du so schlecht bist. Yay. Was haben wir denn da so schön als mit Ball? Zornkosten ja. Aber trotzdem wenn meine Verteidigung sinkt ist das auch schade. Gibt es noch bessere Sachen? Gibt es noch bessere Sachen? Das weiß ich. Auf jeden Fall. Na? Was gibt es hier? Jetzt tauchen Gegner auf. Da. Kommen sie schon. Ich verreckt. Achja. Verreckt. Ha 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 ha. Verreckt. Achso. Ja. 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 Ich kann die einstecken. einsetzen. Mach ich jetzt nicht. Ich warte noch ein bisschen. Bam. Komm. Steff. Steff. Klatsch. Ha ha. War ich nicht. Ne, ne, ne. Ich war das nicht. Die Tür ist unten. Irgendwo. Oder auch nicht. Aber hier ist noch ein Gegner. Bam. Jetzt hat er mir das auch... Das hat er mir auch nur ausgewichen. Ich glaub's doch nicht. Dumm ist Mistvieh. So. Zack. Das noch platt machen. Platt. Aber mal so platt machen. Hm. Wo ist das Ding denn? So, halt mal hier hinten. Ach, da ist ja. Und ich springe die falsche Seite runter. Auch gut. Stiefel. Und noch was anderes. bekommen. Boah. Warum krieg ich hier so schlechte Zeug? Ah, das ist gut. Yay. Neue Klamotten. Ach. Fuck. Hab' falsch gedrückt. Und was ich auch immer gedrückt hab. Keine Ahnung. Und so. Ja, genau den Knopf. Passiert. Naja. Ist ja nicht schlimm. Hm. 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 So. Wo kommen wir da ein? Boss? Nicht Boss? Keine Ahnung. Achso, wieder sowas. Darf ich den wieder steuern? Mit den Schlüsseln. Aufsteigen bitte. Äh, ja. WTF? Hm. 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 Geht das so hier nicht? Ach. Guck mal einen an. Das wusste ich jetzt nicht, wenn ich mich einfach gedrückt hätte. Das geht auch. Ach. Okay. Ja, ja. Abspringen. Bleib drauf. Und beweg dich nicht. Hm. Hm. Jetzt kommt Kampf. Oder? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Tolles Deutsch. Hm. 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 Yes. Hm. Hm. Oh, ja. Irgendwie klar, dass da was passiert. Aber ne, fliegende Maske? Wow. Fi-fu-fi-fan. Passt auf, dass ich mich wieder treffen kann. Sack. Hm. Hm. Ja, ja. Trust mich nicht. Sack. Soll es ausweichen, komm. Haha. Was war das? Meiselstein, achso. Und was war das als fliegende Maske? Wahrscheinlich als Verteidigung. So eine Verteidigung zu einer Mechanismus. Was böse geworden ist. Was auch immer. Naja, keine Ahnung. Aber wo ist denn da denn? Ach, da ist das Ding hochgegangen. Ah. So. Und ab nach oben. Zack. Oh, naja. So schwer war das eben auch nicht. Oh, da komm ich nicht ran. Toll. Immer mir die Wege versperren. Geht ja gar nicht. Mann, Mann, Mann. Das ist auch so ein Ding, was ich bewegen kann. Aber. Ob das gut geht hier gleich? Ja, solange normale Gegner hier nur sind, ja. Dann ja. So. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Zack. Zack. Hi. Ja, komm. Jetzt aber. Dich mach ich auch platt. Und bam. Boah. Die hauen aber auch rein. Meine Güte ey. Die sind so gemein. Was kann ich denn da machen? Wo ist das Ding denn? Hm. Ne, quälig. Wahrscheinlich steht der dahinter. Ne. Benutze den ausstreckbaren Arm der... Ah, ja. Ah, guck mal, ein Hebel. Wenn Tutsi auf dir befindet, können sie... ...angreifen. Ah, Zugbrücke. Jetzt verstehe ich. Ah. Den mal weiter. Zack. Und... Yeah. Drüben. So. Aber die Brücke mal hoch. Sei doch. Zug die Brücke. Zug die Brücke. Nein, nein, nein. Bin doch nicht... Überhaupt nicht lustig. Dachte ich aber immer. Schade. Guck mal. Gegner. Noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner. Tü mich verarschen. Tü mich verarschen. Kommt. Ich mach euch platt. Ich weiß nur nicht mal, wie ich meine Technik einsetze. Und jetzt... Haha. Autsch. Ja, komm. Verreckt doch mal. Äh. Feldrund. Ah, Mann. Komm jetzt aber. Heilen. Boah. Ihr kickt mir auf den Sack. Echt, ey. Ihr nervt. So. Tu auf. Komm. Sack. Was das? Ja, ne. Puh. Meine Güte. Das war ja was. Aha. Ein Feiler. Tucker, 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 Tucker. Mann ist das Ding langsam. Aber wenn ich das Ding mitnehmen muss... Zack. Zack. Kommt. Verreckt. So. Fahr die Treppe hoch. Du 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 du. Stopp. Zack. Bah. So. Kannst du absteigen. Truhe holen. Mit dem Schlüssel drin wahrscheinlich. Ne, doch nicht. Irgendwelche Sachen. Äh. Sammeln dann. Da. Er macht aber alles andere schlechter. Warum? Ui. Nochmal besser. Cool. Hauptsache etwas was ich krieg. Was besser ist. So. Aufsteigen. Und weiter. Fahren wir. Tuck, 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 Tuck. Wie hab ich denn eigentlich eben geschafft? So. Achja. So. Hehe. Kann ich mir sehen gar nicht auch. Was soll ich hier mit ihm eigentlich? Soll ich da drüben reinkommen? Wahrscheinlich, ne? Da komm ich nicht lang. Zack. Zack. Jetzt aber. Und. Wie war da? Krieg ich die Dinge da unten eigentlich nochmal? Oder hab ich die überhaupt schon mal bekommen? Ich weiß es gar nicht. Naja. Ist halt so. Bam. War ich nicht. Ich bin kein böser Junge. Hehe. Bin ganz lieb. Tuck. Geh doch. Zack. Oh ja. Ist klar. Komm ausweichen. Was war das denn? Hm. Er zeigt mir, dass ich die aktivieren kann ja aber. Trotzdem. Zack. Ja. Komm. Zack. Bam. 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 Was ist das? Jo. Hm. Okay. Komm ich da hoch? Ne. Natürlich nicht. Hä? Hä? Das wird jetzt wieder was. Da hoch zu kommen. Hä? Bin ich jetzt völlig blöd? Stimmt. Ja. Ich weiß, dass ich das Ding auch nehmen kann. Na. Es bringt auch nix. Was? Kann er sich nicht ran machen und dann? Hä? Es wird Zeit, dass du etwas findest. Ja. Hat er ja schon. Wie komm ich denn da hoch? Hm. Ne, quälig. Ja. 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 Ja.